In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die Verkettung von Funktionen rechnerisch und grafisch erkennen und durchführen kann. Als erstes müssen wir uns natürlich anschauen, wie man überhaupt diese Verkettung für zwei Funktionen durchführt. Dafür habe ich diese zwei Funktionen ausgewählt. Einmal u von x ist gleich x hoch 2 und einmal v von x ist gleich x plus 5. Wenn man diese zwei Funktionen miteinander verketten möchte, dann kann das wie folgt aussehen. Die erste mögliche Schreibweise ist die hier, das bedeutet u verkettet mit v. Aber ich bevorzuge eine zweite Schreibweise, und zwar u von v von x. Bei dieser zweiten Schreibweise kann man auch besser erkennen, was innere und was äußere Funktion bei der Verkettung ist. Also dieser v von x wäre in diesem Fall die innere Funktion und u die äußere. Und das bedeutet, bezogen auf die erste Schreibweise ist die Reihenfolge der beiden Funktionen sehr wichtig. Die erste Funktion ist immer die äußere und die hintere Funktion ist die innere Funktion. Und u von v von x zu bilden, bedeutet in diesem Zusammenhang, im u wird jedes x mit v von x ersetzt. Okay, anhand unserer zwei Funktionen wollen wir jetzt u von v von x ausrechnen. Das bedeutet, wenn wir diesen Satz oben anschauen, jedes x in u, in diesem Fall gibt es ja nur das x bei dem x hoch 2, wird mit v von x ersetzt, also mit x plus 5. Und wenn wir das Ganze jetzt hinschreiben, dann können wir uns das Ganze so vorstellen, statt x im u haben wir eine Klammer mit x plus 5, das ist unser v von x in diesem Fall, und dann natürlich hoch 2. Also, das bedeutet, wir haben im u das x mit x plus 5 ersetzt. Natürlich geht das Ganze auch in die andere Richtung, das heißt, wir nehmen wieder diese Funktionen u und v und diesmal wollen wir ja v von u von x bilden. Das bedeutet übersetzt, im v wird jedes x mit u von x ersetzt. Also, bezogen auf die Funktionen, heißt das, im v wird jedes x, wir haben nur ein x dort bei x plus 5, mit u von x ersetzt, also mit x hoch 2. Das Ganze würde dann so aussehen, statt dieses x hier, im v schreibe ich einfach u von x, also x hoch 2 hin, und natürlich kommt dann am Ende noch plus 5. Nachdem wir uns jetzt die Grundlagen angeschaut haben, wollen wir natürlich auch noch spannendere Aufgaben lösen, wie zum Beispiel die 1 hier. Bilde die Verkettungen, einmal u von v von x und einmal v von u von x. Also, bezogen auf diese Funktion hier, u von v von x würde dann heißen, wir tun für das x in u v von x einsetzen. Das heißt, wir haben dann einfach Cosinus von 2x minus 1. Und v von u von x bedeutet dann, dass u die innere Funktion ist. Also, wir setzen dieses x hier in v mit u von x. Entsprechend haben wir dann 2 Cosinus von x und am Ende noch minus 1. Bei der nächsten Beispielaufgabe, wieder zuerst u von v von x. Also, wir setzen v in u ein. Entsprechend haben wir dann Wurzel aus 4 mal, jetzt aufpassen, dieser x plus 1 muss zuerst in Klammer gesetzt werden. und v von u von x. Heißt dann, wir setzen das x in v mit u von x. Also, sieht das Ganze so aus, 4x und am Ende plus 1. Bei der dritten Beispielaufgabe, auch zuerst u von v von x. Wir setzen das x mit v von x und dann haben wir 3 durch Sinus von x minus 2. Und v von u von x ist dann entsprechend Sinus von 3 durch x minus 2. Und bei der letzten Beispielaufgabe hier an dieser Stelle, wir haben hier eine Exponentialfunktion für u von x. Also, u von v von x ist dann 2 hoch und statt x habe ich dann 3x oben in der Hochzahl. Natürlich könnte man diese Funktion auch ein bisschen anders schreiben und vereinfachen, aber hier geht es eigentlich nur um die Verkettung. und v von u von x bedeutet dann 3 mal 2 hoch x. Ich habe an dieser Stelle jetzt 4 Aufgaben ausgewählt, damit ihr einfach ein bisschen mehr Vielfalt habt und euch an dieser Verkettung gewöhnen könnt. Natürlich kann man das Ganze auch noch rückwärts machen. Damit meine ich, die Funktion f kann als Verkettung aufgefasst werden, also u von v von x. Dabei gibt es natürlich eine äußere Funktion, das wird u sein und eine innere Funktion, das ist v von x. Bestimme mögliche Funktionstherme für u und v. Und da steht schon unsere erste Beispielaufgabe. Also, ihr müsst jetzt in der Lage sein, die innere und die äußere zu identifizieren. Es ist meiner Meinung nach immer ein bisschen leichter, wenn man in der inneren anfängt und ich glaube, die kann man einfach nicht verfehlen bei dieser Sinusfunktion. Die innere Funktion ist natürlich dieser 2x plus 1 und das schreiben wir auch hin. v von x ist dann 2x plus 1 und natürlich bedeutet dann die äußere Funktion, wäre einfach nur Sinus von x. Also, u von x ist Sinus x. Bei der zweiten Beispielaufgabe gibt es eigentlich sogar mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze hier interpretieren kann. aber ich entscheide mich jetzt hier den ganzen Nenner als innere Funktion zu betrachten. Also, das bedeutet, das ist dann v von x ist x hoch 3 plus 1 und u von x ist dann einfach 2 durch x. und bei der letzten Beispielaufgabe ist es wieder eine Exponentialfunktion. Als innere Funktion könnte man hier natürlich hier die Hochzahl wählen. Dann können wir ja sagen, v von x ist dann 2x plus 5 und die äußere Funktion u von x wäre dann einfach 4 hoch x. Nachdem wir uns jetzt die rechnernische Verkettung angeschaut haben, schauen wir uns natürlich auch noch die grafische an. Also, die Aufgabenstellung lautet, gegeben sind die Graphen zwei Funktionen, f und g und wir sollen folgen, den Wert für folgenden Ausdruck bestimmen, f von g von 0. Es ist hier an dieser Stelle wichtig zu erkennen, was eigentlich gegeben ist. Gegebenes ist die x-Koordinate bei der inneren Funktion. Das bedeutet, als erstes schauen wir praktisch am Schaubild, welcher Wert g von 0 annimmt. Also, x-Wert ist 0 und dann gehen wir nach oben, bis wir die Funktion g treffen. Wir sind dann hier und dann können wir mit gutem Gewissen sagen, g von 0 ist 2. Das bedeutet, dieser Ausdruck nimmt dann eine neue Form und es lautet f von 2. Gut, jetzt schauen wir auf die grüne Funktion auf f an der Stelle 2. An der Stelle 2, 2 ist ungefähr hier, ist der y-Wert 0. Also, damit ist die Sache dann schon erledigt. Bei der Teilaufgabe b müssen wir g von f von 2 ausrechnen. Also, wir schauen wieder zuerst, was f von 2 ist. f von 2 hatten wir schon zufälligerweise, ist einfach 0. Also, das hier wäre dann 0. Und dann müssen wir nur noch g von 0 ablesen. Also, an der Stelle 0 wieder auf g. Da sind wir erneut bei 2. Ein bisschen anders sieht es dagegen bei der Teilaufgabe c aus. Hier haben wir f von g von x ist gleich 3. Also, übersetzt heißt das, der y-Wert der äußeren Funktion ist gegeben. und wir müssen irgendwie den x- oder die x-Werte der inneren Funktion bestimmen. Dafür müssen wir uns erstmal diese 3 im Koordinatsystem vorstellen. Also, y-Wert 3 kann man sich als eine waagegerechte Gerade vorstellen, bei y gleich 3. Und wir wollen erstmal erkennen, wo die Funktion f dieser waagerechten Gerade schneidet. Das wäre dann entsprechend einmal hier und einmal hier. Das würde, wir haben diesmal zwei Lösungen. Einmal bei minus 1 und einmal bei 1. Also, dieses g von x, was wir hier an der Stelle haben, kann eigentlich zwei Werte annehmen. Einmal g von x ist gleich minus 1 und einmal g von x ist gleich 1. So, und jetzt an dieser Stelle müssen wir uns einmal eine waagegerechte Gerade bei minus 1 vorstellen. Das ist die hier. Und wir müssen jetzt den x-Wert finden, wo dieser Gerade die Funktion g von x schneidet. Also, der Schnittpunkt mit g von x ist hier, an dieser Stelle. Und passender x-Wert wäre dann entsprechend minus 3. Die erste Lösung lautet dann x ist gleich minus 3. Und dann haben wir noch g von x ist gleich 1. Das würde, wir stellen uns eine waagerechte Gerade bei 1 vor. Und diese Gerade trifft g von x an dieser Stelle. Also, an der Stelle minus 1. Die zweite Lösung wäre dann einfach hier x ist gleich minus 1. Bei der letzten Aufgabenstellung haben wir dann g von f von x ist gleich 3. Ja, okay, das ist der gleiche Wert wie oben. Das würde, wir können immer noch die rote Gerade da oben nutzen. Und wir müssen schauen, bei welchem x-Wert ist g 3 oder nimmt den Wert 3 an. Das ist zufälligerweise auch dieser Schnittpunkt hier. und das ist beim x-Wert 1. Das bedeutet für uns übersetzt, f von x muss ja 1 sein. Und 1 haben wir auch schon eingezeichnet. Also, 1 ist einfach diese gesticherte Linie hier. Und wir müssen nur schauen, wo f von x die 1 trifft. Das wird dann an dieser Stelle und ich glaube, wir können da mit gutem Gewissen, dass es zwischen der Mitte zwischen minus 1,5 und minus 2. Also, wir hätten hier minus 1,75. Und somit hätten wir eigentlich schon unsere erste Lösung hier. x1 ist gleich minus 1,75. Und wenn ich das Schaubild betrachte, auf der anderen Seite symmetrisch zu y-Achse finden wir hier noch eine Lösung bei natürlich 1,75. Also, x2 wäre dann 1,75. Also, so funktioniert die grafische Vergeltung. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Diese Vergeltung tritt vor allem in Zusammenhang mit der Kettenregel der Ableitung auf. Und die ist natürlich auch für mehrfach verkettete Funktionen anwendbar. In Bezug auf Ableitung sind natürlich noch die Produkt- und Quotientregel wichtig. Wenn bedarf, Tutorials zu dieser und noch viele andere Themen aus der Oberstufe findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Bis zum Schluss.